Hallo und herzlich Willkommen zu Akinator und wir denken an eine Person, also ich denke an eine Person und der Akinator stellt Fragen und ich muss darauf antworten. Die Person, an die ich denke im Moment ist KontraKA. Mal gucken, ob er die drin hat. Ja. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Das weiß ich allerdings nicht. Ist deine Figur im Musikbereich tätig? Ja. Ja. Besitzt deine Figur eine Maske? Nein. Spielt deine Figur in der ersten Bundesliga? Nein. Liegt deine Figur in Berlin? Ja. Stammt deine Figur aus Griechenland? Nein, der ist Deutscher. Ist deine Figur muslimisch? Äh, war deine Figur Mitglied einer Türin? Nein, war er glaube ich nicht. Hat er... Nein. Wurde die Geschichte... Nein. Hat deine Figur schon einmal... Was? Gesamtweltcup gewonnen? Nein, glaube ich nicht. Nee. Hat deine Figur etwas mit Western zu tun? Nein. Trainiert deine Figur häufig? Ja. Mach deine Figur... Weiß ich nicht. Nein. War deine Figur Mitglied bei einer Akku... Das weiß ich nicht. Ist deine Figur noch auf YouTube? Ja. Ist deine Figur... Nein. Und deine Figur in Köln? Du hast mich gerade gefragt, ob du... Ob die in Berlin wohnt. Stammt deine Figur aus... Nein. Ist 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 deine Figur aus... Ich weiß nicht. Nicht gut. So. Er wurde wie oft gespielt. Er wurde... Immer diese wilde Werbung. 2236 Mal gespielt. Naja. Ist ja immerhin gut da. Ähm... An wen denke ich jetzt? Ja. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung mehr, an wen ich denken soll. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Vielleicht suche ich dann mal. Ähm... Viel Spaß noch.